Leute, wir haben Samstag. Mal gucken, ob es dann aufhört mit Regnen. Jetzt geht es ab nach München. Super cool. Vor allem mit euch, dass es auf geht. Ach schön, das ist schon mal. Jetzt mit dem Restreder. Wobbing, Park und Reit. Wenn es im Wasser ist, dann ne? Frisch für euch. 2, 3. So gut? 1,60 Euro. 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 Ok, ein kurzer Zwischenstopp. Nach 50 Metern auf A9 fahren. Nach der Kritik an seiner Lobby-Tätigkeit verzichtet der CDU-Politiker Philipp Amthau Eine Kandidatur für den Landesvorsitz seiner Partei Das darfst du den Landesvorsitz benutzen, um aus Wort 75 Röntgen vorm Folterrecht zu nehmen, denn an der Grabe liegt selten Das ist der Hauptsitz von mir Das ist der Entliegen der Truhe Die Kapolhaus gibt es hier Das sieht auch cool aus Das war der Mnuschen, Liebenplatz Richtig cool Apple Store München Da macht die Mnuschen auf Richtig cool Die K05 Die K05 Die K05 Die K05 Die K6 Die K06 Mnuschen Die K05 So, hier ist ein Kaufhaus, auf Engertruhen. So, die Frauenkirche wird heute gebaut. Das ist richtig krass. Das ist so die Richtung. Sieht richtig krass hier, Leute. Es ist gigantisch hier. Hier ist ein bisschen Becker. Ein bisschen Kirscher. Sehr schön, wie wir. Hier gerade noch. So, hier oben ist das Spielzeugmuseum. Viktualienmarkt, so ein bisschen wie der... Gibt ja auch so einen großen Markt in London. Hier gibt es richtig viele Stände, richtig viel zu essen. Eine kleine ganze Location hier. Das ist halb. Das ist halb. Hier ist ein bisschen zuerst der Part. Es ist groß. Es ist richtig krass. Das habe ich schon nie erlebt. Die ganze Biergarten. Richtig toll. Kriegt gut. Hier geht's Haarpop. Ich bin in München. Ein kleiner Haus. Ein Zockbeihaus. Der Kohl. Wadler. Ich denke, ich hätte das Fußball haben. So Schlappler. Kaufe. Beides. Kaufe. Ja! Das hat was passiert. Ich will dir jetzt mal jetzt brauchen. Das ist das als Schlapp. Kader waren es noch gewesen, oder? Du Leute, wenn ihr aus dem Feuerhaus kommt, du musst schon ein Taxi bestellen, ne? Safety fürs Wohn-Spielzeug, dann muss ich auch gut bestellen. So Leute, eins ist die Frauenkirchen, dann nehmt die Freude. Inseniert、 den Charmin... ... Ach du, daslets dasselbe. regierung wurde zu -, Sie haben wahrscheinlich gegessen? Nein wir. Es regnet jetzt. Leute, jetzt geht es zurück zum Auto. Ich habe es einen Preis sicher und es regnet. So Leute, zurück. Aber es regnet wieder. So Leute, wir sind jetzt wieder bei einem Parken breit. So nennt sich das. Also wieder der Mercedes im Auto angekommen. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Zwischenstopp machen. Sonst geht es wahrscheinlich nach Nürnberg. Bist du sofort oben? Das heißt, es geht einfach Richtung Nürnberg. Wo ist die Erwartung? Nachdem du jetzt die Erwartung? Noch nicht? Nein, ich bin wieder zu. Da war ja so, dass wir jetzt vor wie immer die Erwartung haben. Und wie war es? Wie die Erwartung? Weg bei unseren Bekannten. Mal gucken, was heute Abend noch geht. Ich meld mich später. Leute, heute war ja München jetzt noch ein bisschen outside in Nürnberg unterwegs und so im Park. War richtig geil gewesen. So Leute, hier ist der Westpark. Ganz geil. Ist auch nur so ein Minipark, aber ist ganz cool hier in Nürnberg. So Leute, wir haben es jetzt Samstagabend, München richtig nice. Ich stehe jetzt noch ein bisschen Westpark, werde noch zu ein paar Freunden gehen, vielleicht noch was essen oder so. Und genau, vielleicht können wir noch ein paar sehen, vielleicht nicht, sonst mögen wir noch ein paar sehen von der Rückfahrt. Und ja, dann bis später. Sonnenuntergang. Na gut, es ist jetzt noch Sonnenuntergang zu haben. Da hinten ist ganz cool hier in Nürnberg. So Leute, jetzt sind wir hier im Tillipark. Mabinahotel. Ist der Fernsehbruch? Ja. So Leute, hier ist noch mal eine kleine Sehner vom roten Himmel. So Leute, ich beende jetzt den Samstagabend. Wie gesagt, möchte ich noch ein bisschen mit Freunden vor dem Überwarking, kurzen Eis holen. Genau, bis morgen dann. Peace. So Leute, good night. So Leute, good morning in the morning. Ähm... Letzter morning. Letzter Morgen. Es geht dann ab nach Sachsen. Sie werden nach Prasen kommen. Und ich melde mich dann später nochmal. Och dort, sie hat mich angeguckt und wollte rein. Jetzt geht's ab. Halb 10. Ab nach Sachsen. So, das Auto ist gepackt und jetzt geht's los. So Leute, jetzt auf der Autobahn. Erstmal hier bei Fürth. Schönes Wetter, Leute. Bisschen Natur. Jetzt kommt wieder durch die Donau. Eigentlich normal. Sieht ja ein bisschen aus wie Brandenburg. So ein bisschen wie Senf in der Gegend. Bestick geil. Okay. So jetzt geht's Richtung Bayern, wo jetzt Grönbach. Mal schauen, ob die Kurve hier ganz steil ist. Die Audi ist, glaube ich, steil. So, jetzt gucken wir hier rechts rein. Ja. 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 Alles gut. So, rechts ist das Schloss Bamberg. Das Rittrad. Die Bau ist. Das hier ist nicht so ungefähr. Ja. So, da vorne jetzt hier mal die Fremdische Schweiz. Ihr kennt ja bestimmt die Sächsische Schweiz und Sachsen. Hier in Bayern ist es zwar ähnlich. Da lohnt sich's auch mal andern zu gehen. So, Haarparks. Neuerbare Energien. Das ist, denke ich, recht gut. So, Leute. Ich bin schon Dresden. Wenn ihr da vorne schaut, das könnt ihr vielleicht so ein bisschen erkennen. Das könnt ihr gleich erkennen. Das sind Berge. Das ist nämlich hier das Fichtreel Gebirge in Bayern. Also, Leute. Wir fahren jetzt die A9 durch von Dresden. Wenn ihr da vorne schaut, das könnt ihr vielleicht so ein bisschen erkennen. Das könnt ihr gleich erkennen. Das sind Berge. Das ist nämlich hier das Fichtreel Gebirge in Bayern. So, hier seht ihr das Fichtreel Gebirge. Wir sind jetzt in Sachsen und hier war die Mauer. Mal schauen, ob man die ein Stückchen sieht. Aber wenn ihr jetzt mal links pumpt, da ist so eine Art... Genau, das muss die Grenzesumgebäse sein. So, Leute sind jetzt hier einfach glatt unterwegs. So, Leute sind jetzt bei Zwickau. Ich zeig euch jetzt mal hier so ein bisschen, wie das so aussieht. Ist so geil. Bestimmt nicht. Wir sind jetzt hier in Oberwiesenthal. Kann man ganz gut den Schien fahren. Dieser... Der Fichtreel... Der Himmel sieht richtig geil aus. Jetzt in... Chemnitz... Und weiter... Und jetzt weiter Richtung Trist. Kurz vor Baltheim, hier ist eine ganz coole Landschaft. Wieder zurück in Baltheim, der Tritt ist jetzt erstmal Slender, war extrem geil. Also Nürnberg-München, ich war da noch nie gewesen, die Skybahn Nürnberg war richtig geil und die Innenstadt von München, Hofbräuhaus und Rathaus, Raunkirche, kann sich auf jeden Fall geben. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert mich, schreibt in den Comics drunter, welche Themen ihr wollt, im Bereich Business, Travel, whatever. Und ich hab euch herzlich gefallen, bis zum nächsten Mal. Peace.